Der Nachthimmel über Nordfinnland erstrahlt in einem fantastischen Wechselspiel von hellweißen, grünen und pinkfarbenen Nordlichtern. Für Beobachter dieses Naturschauspiels waren sie mit bloßem Auge erkennbar. Horora Borealis, so der wissenschaftliche Name der Lichterscheinung, sind ein Ergebnis der Kollision von elektrisch geladenen Sonnenteilchen, auch Sonnenwind genannt mit der Erdatmosphäre. Das Phänomen kommt in der nördlichen und südlichen Hemisphäre vor. Auf der Südhalbkugel wird sie auch als Südlicht oder Aurora Australis bezeichnet.